Na rocken wir so mal. Wieso haben wir so ein Gift drauf? Hallo? Drei Stacks, Mondfeder, Fieber. Ok, keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss von draußen irgendwas sein. Der Disse hat auch. Ja, jeder hat das. Ah, von denen? Ne, von uns. Alter Schwede. Die wurden aber eh ungeklatscht. Oh, frag nicht wie. Okay. 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 Oh, da würde mich auch noch mal interessieren, wenn wir gleich noch mal ein Duell machen. Was dann? Wenn ich Erd-Shock oder Lava-Shock, das Erd-Shock mehr Damage mache. Und dann mit dem. Aber das werde ich jetzt mal eben testen. Mach mal den mal eben so. Okay. 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 Ich hole sie mal. Ich hole das noch mal. Bye. civic Das war's für heute. Ernsthaft. Bist du oben? Alter Schwede. Babbel, babbel einfach, babbel einfach. Kann ich nicht. Ich hab die Flagge. Dann gibst du die halt nur ab. Aber dann wärst du noch ein Save. Ich wär da gewesen. Ja, ich weiß. Es ging aber nicht mehr. Ich frag mich, ob der Mage überlebt hat. Ich hab mir doch geflatscht. Dann hab ich's echt nicht geschnallt. Ich hab den Magier umgeschlagen. Was hat denn der Mage eigentlich geheilt? Ja, okay. 36k Heal. Und 22k damage. Nice, Mage. Nice. Das find ich gut. So, wir sind der Priest. Mach das bei uns oben. Ich geh jetzt auf Bett. Gute Nacht, Anja. Gute Nacht. Und das oben. Okay, der geht über die Mitte hoch. Ich will wahrscheinlich runterspringen. Jetzt hat er übergeben. Okay. Ich komm nicht ran, das geht für mich. Nicht stone. Nice. Oh, 185. Oh, jetzt ist das. Danke. Du kannst dich mithalten. Gar nicht mithalten. Ich auch nicht. Deine 400. Alter, Shadow P 700. Was? 715. Was 715? Mehrerenstufen. Ja, ist halt die Frage woher, ne? Okay, der Mage ist bei unserem FH da hinten. Okay, der hat noch Highland alles bei sich. Komm, wobei gibst du? So. Aber er geht nicht. Bisschen zu viert. Ach, ich hätt's müssen müssen. quele Gott... ... ... ... ... das schafft ich glaube nicht ist da nur ein droide hin Jetzt spüren hier nur mal einen Räder aus der Pauline. Leute, meine Anzeige haben alle Relentless, die Gegner, geil. Kann auch sein, dass viele da zu spielen, gerade. Aber spätestens wenn es alles Menschen sind. Na gut, die zwei Demoner, da können es nicht. So, jetzt ist einer raus. Der Rest kann alles Mensch sein, ne? Ja. Äh, Flagge? Komm her, Worry. Ey. Oh, nice. Ja, noch einen guten Eindruck. Okay. Nein, 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 nein. Das ist ein bisschen unhöflich. Oh, sehr unhöflich. Ja, ich glaube, das war's. Oh. Also im Moment ist es eigentlich echt so, du hast entweder siehst du kein Land oder die Gegner sehen kein Land. Bild. Ja, das ist schön. went to. . Und und. Vielen Dank.